Kurz vorgestellt, heute geht es um den Spieleklassiker UNO. Dafür braucht ihr 2-10 Mitspieler. Eine Runde dauert ca. 15 Minuten und ihr solltet 7 Jahre alt sein. Bei diesem Spiel geht es darum, dass jeder Karten auf die Hand kriegt und diese dann geschickt ablegen muss. Entweder kann ich Zahl auf Zahl oder Farbe auf Farbe oder halt auch die Sonderkarten wie zum Beispiel Aussetzen verwenden. Viel Platz braucht ihr für das Spiel eigentlich nicht, weil jeder hat ja nur seine Handkarten. Es gibt einen Ablagestapel in der Mitte und erwerben könnt ihr schon für um die 5 Euro. Bis zum nächsten Mal.